. Hat Natalia sich doch noch anders überlegt? Na ja, wenn sie schlau ist. So langsam könnte die Braut kommen. Sie haben ihr doch keinen Grund gegeben, ihre Meinung zu ändern, Ansgar. Nein, nein, auf keinen Fall. Waren sich keine Sorgen, und Signore, Natalia wird jeden Moment hier sein. Jetzt komm schon, Natalia. Lass mich jetzt nicht hängen. Als ich danach nicht hinzuheben kann, dann bitte in Ordnung. So langsam, abhängen Sie sich doch noch mal verweinen.